Ihr Lieben, einen wunderschönen guten Tag hier. Obacht und aufgemerkt, ne nicht hier. Der Kahlschlag beginnt, bei mir wächst schon wieder fleißig nach, keine Angst. Da habe ich ja ein gewisses Commitment abgegeben, Verhärtungen raus, Haut muss sich erholen, aber darum soll es heute nicht gehen, weil ihr seid hier nicht bei BBs Beauty Palace, sondern eben bei Sven Hum. Ich habe hier ein Video für euch, aufgemerkt, ohne Mist, sehr wichtig, hört genau zu, ansonsten Pause drücken, nochmal anhören, teilt das Ganze unbedingt, es geht um eure Zukunft. Ja, wovon rede ich denn? Wir haben mal wieder ein paar Red Flags, weil mich Leute angeschrieben haben in letzter Zeit. Als erstes geht es hier erstmal um Blackford. Leute haben gesagt, boah krass, wie geil, schaut euch die Seite an, meine Oma, die kann nicht gut programmieren, die sieht besser aus, aber schauen wir ins Ökosystem rein oder hier, wenn wir genau ins Detail reintauchen, werdet ihr erkennen, dass Blackford nichts anderes ist wie eine Wallet mit einer API-Schnittstelle. 10% Zinsen, boah geil, dafür lehnen wir in Deutschland nur noch 10% durch die Inflation, das ist mir ja bei 20,7%. Oder umgekehrt, ich möchte auch nicht, dass einer hier bei mir immer den Fuß in der Tür drin hat, das heißt, Dezentralität ist von Vorteil oder wenn man sich in den Projekten besser auskennt, um einen besseren Return of Invest zu erhalten, um bessere Staking Rewards zu erhalten. Und dann sind auch andere Sachen, die da mit reinspielen, das wäre aber zu lang für dieses Video. Wie gesagt, Finger weg von Blackford. Wir machen weiter mit VOW, auch da sehr gerne schaut euch das sagenumwobene Video an, auch da möchte ich gerne noch weiter Öl ins Feuer gießen, aber wir wiederholen halt hier nur, dass immer, wenn große Vertriebler kommen und auscashen, man das 1 zu 1 am Kurs sehen kann und was mit Smart Contract und Co. nicht passt, seht ihr in dem langen Video. Wir springen weiter zu Bitunite tatsächlich, neu hier auf der Liste mit dabei. Mir liegt vor, ein Anwaltsschreiben und auch viele Menschen, die um Hilfe gerufen, geschrien haben, die seit geraumer Zeit sich nicht auszahlen lassen können. Wir sprechen hier von 5 Tagen bis hin zu 6 Wochen, dass ihre Assets gelockt bleiben, obwohl wir ja wissen, dass das nach einem gewissen System ausgezahlt werden muss. Wir sprechen hier von 48 Stunden oder international von 72 Stunden. Das heißt, solltest du von Bitunite betroffen sein, gerne an mich wenden. Da schauen wir, dass wir Kapital und Wohlstand sauber aufbauen und dass halt eben das Geld auch bei dir ist. Das ist das Allerwichtigste. Und natürlich Expertise, weil angewandtes Wissen, das zahlt sich aus. Springen wir weiter zum nächsten, PLCU. Auch da gibt es ja das sagenwobene Video, aber jetzt in letzter Zeit schaut es euch gerne mal an. Geht mal auf CoinMarketCap und schaut euch mal von PLCU, PLCA, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P durch. Und ihr werdet sehen, jedes Mal hat man nur den Contract migriert. Das heißt, das ist für mich schon wieder Sabotage oder Wettbewerbsverzerrung. Glücklicherweise schreibt es CoinMarketCap oben rein, weil die Vertriebler von denen, die haben keine Ahnung, bin ich ehrlich zu euch. Und genau deswegen geht es mir hier ums Detail. Dass ihr ausgebildet werdet im Aufbau mehrerer Einkommensströme, Aktiv-Passiv-Kursgewinne. Dass ihr als Unternehmer, Investor, Ausbilder, als eine Mischung daraus fungieren könnt. Egal, ob es Krypto ist, ob es die NFTs sind, ob es über KI ist, ob es Metaverse ist, eine Mastermind. Da ist für euch alle was mit dabei. Und dann springen wir zu meinem letzten Liebling. Infinity, der Erz-Rivale, weil der Feigling Chris Nickel sich ja nicht getraut hat. Was haben wir da mit dabei? Auch sehr gerne das Live vom Ibra und mir auf Instagram anschauen. Es gab ja zwei Teile. Im ersten Teil leider nicht aufgenommen. Ging es um eine unerlaubte Vorteilsnahme seitens der Lieder bei Infinity. Das heißt auch hier Wettbewerbsverzerrung, Whitewashing, illegale Absprachen und Co. Und auch da haben natürlich die Leute leider keine Ahnung. Das heißt, ich prophezeie in einem Jahr, wenn ihr euch dieses Video anschaut. Wir haben heute den, Moment, 25.10., da wird es Infinity nicht mehr geben. Das ist für mich überhaupt kein Problem, weil ich weiß, wir werden uns alle wiedersehen. Ich habe hier ja schon einige Leute rausgeholt bei den Companies, die ich jetzt genannt habe. Und eben auch hier ist meine Intention an dich, kenne dich aus, nicht einfach blind wo reinspringen, keinen Kredit aufnehmen oder die Dame mittleren Alters, die fünfstellig bei Hyperverse eingestiegen ist. Also das kann man auch anders machen. Deswegen solltest du betroffen sein, melde dich bei mir. Egal, ob es hier auf YouTube ist, meine E-Mail-Adresse, svenhum.com oder eben info at svenhum.com. Kannst du gerne schauen in der Beschreibung meiner Homepage, svenhum.com. Auf Instagram gib svenhum ein, sven mit V, hum wie dumm, nur mit H. Und dann ist auch für deine Zukunft bestens alles vorbereitet. Alle Leute, die jetzt auf mich gehört haben in den letzten zweieinhalb Jahren, an der Stelle happy profits, aber keine Angst. Das ist nur der Beginn, denn der Bullrun zeichnet sich ab. Und was brauchen wir dafür? Eben langfristig gesicherten Wohlstand mit der passenden Expertise. Und sehr gerne unterstütze ich dich dabei. Bis zum nächsten Mal.